Wenn du sehen willst, wie du dir so einen kleinen Mini-Kühlschrank selber baust, dann bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich musste jetzt da das Pelletier-Element noch dazwischen reinmachen. Und zwar ist das so, ich zeige euch das gleich, wenn ich eins finde. Das Pelletier-Element. Das Pelletier-Element hat auf einer Seite einen Schriftzug drauf, der kühlt. Also der Schriftzug muss da gegen die Platte und das andere muss gegen die grosse Platte. Dass ihr mir auch glaubt, was ich sage. Seht ihr, der fällt. Der hat noch 12 und die Platte da hat 25. Sogar 31. Da ist sie. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und...